Uuuum! Breakfast for Champions! Moin Leute, servus! Wir sind gerade in der Küche beim Frühstücken, bei mir daheim. Ich zeige euch heute mal einen Flatschengoodday. Wir gehen motocross fahren, wir gehen markenbiken. Und ich habe einen Special Guest dabei. Den verrückten Kai Hose! Ich gebe euch einen Untertitel, damit ihr ihn auch versteht. Musik Hast du ja schon gewusst, dass we are the geilsten sind? We are the geilsten, oder? Hey Leute, an alle da draußen, we are the geilsten! Musik Wir waren eigentlich gerade in Berlin, beim Kai. Und dann haben wir uns gedacht, ach wieso bringen wir einen Kai Hose nicht nach Österreich? Nach Schwann? Nein, zu mir heim. Und ja, ich glaube, es wird ein richtig geiler Tag werden. Ich bin schon gespannt, wenn wir auf dem Land vergeschritten werden, weil das wäre eine richtig gute Gaudi. Und dann ziehe ich ihn mal auf einer Hartbondstrecke ab. Weil ich habe mich so fertig gemacht im Sand. Deswegen versuche ich mir das Beste zu geben am Hartbond, dass ich schneller bin wie ihr. Oder? Statement? Ich bin skeptisch. Also mit meiner Fahrweise auf Hartbond. Mit keiner Fahrweise. Letztes Jahr war es tatsächlich so, wie wir zusammengefahren sind, war Manni auf Hartbond schnell. Na, nicht schneller, aber auf jeden Fall hatte ich hart zu kämpfen, dass ich dran bleibe. Wir waren einmal im Mountainbike miteinander im Leotown. Und der Kai hat sich gedacht, ach, ich muss einmal so schnell wie es geht, wie wir hinterher fahren. Einen halben Run und dann war er weg. Frühstück fertig. Auf geht's. Was ist los, Junge? Hey, der Boos, der hat gerade zu tun. So ein Business hat das gar nicht. Er ist nur am Telefon. Er möchte mit uns filmen und dann ist er nur am Telefon. Das ist Wahnsinn. Hey, wir übernehmen das jetzt mal selber. Ich mache jetzt mal eine Yoga Session, damit wir uns mal ein bisschen stretchen und warm upen unserem Zeug. Eiei. Er möchte nur zeigen, wie unbeweglich ich bin und wie beweglich er ist. Er hat nur noch ein bisschen Muskelkater von den letzten Tagen. Auf die Yoga Session. Auf die Yoga Session. Das Gute ist, wenn man selber Yoga macht, sieht man nicht, wie das aussieht von außen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich richtig tief ab, weil wir so unbeweglich sind. Aber probiert es mal aus. Probiert es mal aus, das ist wichtig. Okay, endlich Zeit zum Shredden, oder? Let's go! Fahrrad einladen und ab, 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 ab! Go, 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 go! Aber das wichtigste Gefährt ist ja schon drin. Das passt schon. Und mit wie vielen orangenen Stiefeln willst du heute fahren? Nein, die sind von Tresher. Tresher. Keine Kratzer, Freundchen. Warum ist Moped einladen immer so easy, im Gegensatz zum Fahrrad einladen? Das ist Wahnsinn. Da denken wir immer wieder, ah, wo tue ich das jetzt hin? Wie mache ich es fest, wo kratzt es? Ja genau, wir fahren jetzt, ähm, 20 Minuten von mir ist der Bikepark Sommerberg. Da gehen wir ein bisschen Shredden, das ist ganz cool eigentlich zum, zum Laps machen, weil es relativ entspannt ist zum Rauftreten und du kannst dich relativ spülen. Und es ist wirklich cool, es ist chilliger, kleiner Bikepark. Und ja, ich glaube der Kai war da auch noch nie deswegen. Geil. Bin ich dabei, okay? Sind wir am Sommerberg? Wo sind wir Kai? Am Sommerberg oder? Am Sommerberg, ja. Sein Fahrrad geht schon richtig auf. Ja, also wir sind jetzt am Bikepark Sommerberg. Ne, nein, der Lift her, da ist ein kleiner Sessel zwar, aber ich bin eigentlich immer gern da und wir treten meistens ein paar Runden rauf, weil du nicht so fit bist. Weil du so fit bist. Weil es nicht so weit ist und man kann immer so Teile wieder abkürzen und so. Also das ist auch ganz geil, also perfekt mit dem Enduro da. Was erwartet uns jetzt? Fette Sprünge und... Schanzen? Ja, paar Schanzen, ja. 20 Meter Schanzen? Nein, keine 20 Meter Schanzen, aber boah geile Flowlines, boah Endurolines und eigentlich ganz entspannter Bikepark. Bist du excited? Let's go. Send it. Joom. Hermani führt in der Challenge. So geht das die ganze Zeit hier. Nose, wheel, head, head. Hinn hier. In den Werken. Hinn hier. In den Werken. Oh, nicht so schlecht aber. Klick auf Hinn. Oh, you know, its true, but everything is cold and everything is new. Oh, you know, everything is cold and everything is new. Was sagst du als Verlierer? Ja, ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen, von meiner Situation aus, aber der Kai Haase ist jetzt einfach so ein krasser Sportler geworden, dass ich einfach keine Chance mehr habe, den fertig zu machen. 45er, Motocross-Turns, Sprints berghoho, Wahnsinn, Hardbone-Challenge kommt nachher. Aber wenn man dann ein Ding reinlegt, einen Baumstamm, dann schaut es auch wieder an. Das ist vorbei. Oder irgendwo, wo ich treilen muss. Das ist so ein Ding hier mit so einem breiten Reifen. Ich habe nicht übertrieben. Hörsleid! Hörsleid! Oh, my, my, gonna hit it big. I got my odds on the prize. Oh, my, my, gonna spin the wheel, cash it in, and lower the dice. Oh, my, my, it's a thing of gold. All I'll do is win. All I'll do is win. Oh, my, my, no, I'll never fall. Start it up, let the game begin. Way up high, I'm taking low. I'm feeling right from head to head to head to head. All right, Laufen, Digger! No brakes! Whoa! Der Kai wieder nur im Businesses. Hallo, hallo, ja, ich brauche unbedingt einen Moose. Rider-Store, bitte. Können Sie mir 15 Moose rausschicken. Ich bin jetzt Factory. Ja, ja, ja. Danke. Junge! Business, Junge! Business is booming! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-E-M-E-M-E-M-E. Ist geil. Macht Spaß oder? Geiler Boden auch. Ja, es rollt mal so richtig gut. Ich bin meistens immer zu schnell weil der immer so ... ... kurz in die Bremse reinhaut. Ich fahr das dritte mal bergab jetzt hier. Erstmal in den richtigen Berg. Ich hab doch einen Teufelsberg. Ist mir geil, dass ich dem meinen Hut wieder zeige. Das ist richtig cool. Was machen wir jetzt noch? Jetzt sind wir bei der Jumpline, springen noch ein paar geile Dörts, fette Kicker. Stießen es so richtig aus. Waldfahrten sind vorbei. Eine Waldfahrt kommt noch, aber jetzt bleiben wir erstmal da. Beim Schanzen. Los geht's! Oh! Oh Scheiße! Das haben wir geregelt. Jetzt können wir loslegen. Mountainbiken ist sehr wichtig für mich. Macht erstmal riesig Spaß. Das hat einen guten Trainingseffekt. Und einfach auch die komplette Community ist so geil. Ich bin richtig gern beim Mountainbiken und man trifft immer coole Leute. Ja, ist ganz geil. Mountainbiken bedeutet für mich ziemlich viel, weil ich bin quasi so aufgewachsen. Ich bin früher mal mit meinem Vater Motocross gefahren am Wochenende. Und unter der Woche war es halt einfach Fahrrad fahren. Und so bin ich irgendwie groß geworden. Mit der Zeit hatte ich so ein bisschen verloren das Mountainbike fahren, wo die Ausbildung war und so weiter. Aber jetzt, so die letzten vier, fünf Jahre, habe ich so richtig Bock wieder. Das ist nicht hinzufallen mit dem Fahrrad. Ja, ich mache eigentlich alle verschiedenen Sachen am Mountainbiken. Manchmal nur zum Shuttlen oder Lüfteln. Eben mit dem Downhill-Rad. Manchmal so wie Height kombiniert. Ein bisschen rauf, ein bisschen Bike Park Shredden. Manchmal auch Dirt Jumps oder nur ein bisschen Spielereien. Also für mich ist eigentlich immer wichtig, wenn ich das mache, dass der Trainingsfaktor schon da ist. Aber dass ich danach auch richtig Spaß dabei habe. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Also früher bin ich auf jeden Fall viel Dirt gefahren, viele Dirtlines. Ich habe immer noch einen Dirtfahrer zu Hause, wo ich mal viel Zeit in Spanien verbracht habe. Da habe ich auch viel Zeit im Lapoma Park verbracht. Deswegen mehr Dirt. Aber ich sage mal, die letzten zwei, drei Jahre geht es mehr Richtung Enduro. Und der Boom, der wandelt sich auf jeden Fall auch Richtung Enduro insgesamt. Man kann, man hat so viel Spaß beim Konditionenbolzen, wenn man hier so berghoch fährt. Nein, keine Ahnung. Aber die Kombination aus, man schleppt sich den Berg hoch, strengt sich ein bisschen an und hat Spaß beim Bergabfahren. Und am besten Fall kommen noch irgendwelche Schanzen dazu. Das ist natürlich meine Lieblingsdisziplin. Wie viel Radfahren in der Woche gehe ich ein paar. Das ist schwierig zu sagen vielleicht. Durchschnitt dreimal. Ich komme immer darauf an, ob ich jetzt viel beim Moped fahren bin oder generell verschiedene Sachen mache. Aber manchmal mehr, manchmal weniger. Aber dreimal, ich glaube, trifft es richtig gut auf den Punkt. Die verlatschigsten Zeiten waren auf jeden Fall meine Jugend auf dem Fahrrad. Zum Beispiel habe ich meinen ersten Backflip mit dem Fahrrad gestanden, wovon meine Eltern nichts wussten. Vor allem mein Vater nicht. Weil da hätte es direkt Motocross-Verbot gegeben. Oder Fahrradverbot. Ja. 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 Das war's jetzt schon, oder? Das war's jetzt schon! Nein, das war's noch nicht! Wir gehen jetzt noch geil zum Moppet fahren. Ah, ich hab Hunger. Ja, wir müssen noch was essen. Ja, bei Quagsammerberg ist es ober. Danke für die Lokaltour. Bitteschön, war geil. Für die Shortcuts auch. Für die Shortcuts und für die Trends. Jetzt reicht's! Aber ich glaube, wir haben richtig Gaudi gehabt. Jetzt ist es 2 Uhr und jetzt schauen wir weiter nach unten rein. Wenn dann noch ein paar Motors fahren und... Naja, ein bisschen Gas geben hoffentlich, oder Kai? Gas. Nur ein Gas. Voll Gas! Voll Gas! Der wichtigste Kumpane ist jetzt auch noch am Start. Lansch die Geschäfte kosten! Schau dir die nach unten aus! Geil! Die King ist zusammen! Ich höre, der Boss fällt. Ich muss aber erklären, wer der Boss ist. Weil ich hab's am Anfang nicht gedacht. Der Boss ist eigentlich... Für uns ist der Boss mein Papa. Weil er einfach so ein geiler Boss ist und alles so geil organisiert und... Der King of Everything! Der King of Everything! Genau, der fällt leider. Aber nächstes Mal hoffentlich ist er wieder dabei. Wir haben keine Zeit. Wir haben nur von 15 bis... Ich weiß nicht, was war ein Training. Aber wir müssen jetzt ganz viel fahren. Und deswegen bin ich schon umgezogen. Der Endurist dauert ein bisschen. Der braucht ein bisschen länger. Und jetzt darf ich mal eine Hartbodestrecke fahren. Weil das gibt's in Brandenburg nicht. Und jetzt geht's. Geil, 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 geil. Losergen, gehen wir! Lesserina! As he IDE internally... ? Paul Messi! Say... load mit in TrilOxZNcqT A payment Antwort! ho! Es терkt! Schau! Du, bitarst! Severin! Dann verloren! Langsam! DasTAG sind... Das war's für heute. 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 Das reicht schon. Statement. Wir senden's jetzt nochmal so richtig. Wir fahren keine 40 Minuten jetzt. Weiß ich. Ich hab keine Ruhe mit. Ich weiß nicht wie lange das ist. Okay, du fährst gerne. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin weiter gesprungen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.